Das Thema findet am 6.7. der Tag der Nationalen Bewegung statt, wird diesmal von der NPD angemeldet. Dort werden sich wieder sehr viele Neonazis treffen zu einem sogenannten Rechtsrock-Konzert. Und Thema ist ein kleines Städtchen in Südthüringen und die brauchen unsere Unterstützung, um sich eben gegen dieses Rechtsrock-Event zu wehren. Und deswegen ist es unfassbar wichtig, dass wir alle gemeinsam am 6.7. nach Thema fahren. Also es wird dort wieder ein Demokratiefest geben, ein buntes Fest, wo alle daran teilhaben können, um sozusagen auch einen Gegenpol zu setzen gegen das Rechtsrock-Konzert. Aber vor allen Dingen wird es natürlich auch Proteste geben, direkt an der Wiese, wo die Neonazis ihr Rechtsrock-Konzert stattfinden lassen. Und wir werden wieder mit einigen Abgeordneten auch als sogenannte Beobachtergruppe vor Ort sein und werden uns dort das Rechtsrock-Konzert genau anschauen, werden uns auch den Einsatz der Polizei vor Ort anschauen und dort präsent sein, auch ansprechbar sein für alle, die Sorgen und Nöte haben und an uns herantragen wollen.